Okay, und da sind wir wieder und nachdem wir in der letzten Folge überhaupt nichts geschissen bekommen haben, aber so richtig, richtig nichts, würde ich sagen, dass wir das heute mal anders machen würden und zwar wollen wir endlich mal, das ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden. Egal, wir wollen heute unser, nicht den Reinforced, sondern wir wollen den Re-pli-ka-tor fertig machen. Hm, aber vorher, zack, das Ding wieder an und hier alles reinschmeißen, was ich nicht mehr brauche. Oder sowas wie zum Beispiel das oder 1, 2, 3, 4, 5, es sind jetzt 4 nur gewesen. Hm, ich weiß, so oder sowas, bringen wir auch mal das Holz weg. Ah, ins Bett gehen wir auch nicht schlecht, Zombies an die Tür klopfen mag ich schon so, also ungebetene, blablabla, ungebetene Gäste sind nicht so das Wahre. Natürlich erstmal Mausempfindlichkeit höher stellen, denn ich habe eine Maus halt mit verschiedenen DPI-Modis und für Shooter habe ich mir halt Stufe 2 eingestellt. Für Battlefield, für Battlefield, eine alleine, was eigentlich auch ein Shooter ist, habe ich Stufe 3 und für Minecraft und Windows habe ich Stufe 4 halt. Geht zu viel eigentlich, nur muss ich immer dran denken, sonst, man merkt es wirklich, wie es, ähm, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modi. So, zack, MFE in die Mitte, AV-Transformer, Schimpf, Außen und 1, 2, 3, hallo? AV, MFE, Teleporter, Reinforced, Dome, Reinforced, Last. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Ist dort 0. Das sind MVs und keine HVs. Oh mein Gott. Jetzt muss ich auch noch HV. Ah. Reißt sich zusammen. Nichts kann mehr schlimmer werden. So. Ah, nein, die Inforced müsste ich ja hier im Inventar behalten, aber zum Beispiel sowas kann ruhig mal raus. CF-Powder kann ich eigentlich wegwerfen. Also. Stone-Lust. Deine CF-Powder. CF-Sprayer. War alles umsonst. War alles scheiße. So. Stone kommt auch weg. Was war das gerade? HV-Transformer. Zweifach isolierte Goldkabel. Gut. Das Ganze ist Gold. Gold, Gold, Gold. Da. Das war auch das mit dem Vierfachen, soweit ich weiß. So, ein Cutter. Und zwar einmal Gold. Hallo. Hallo. Hallo, Gold. So. Und. Cutten. Zack. Genau. Jetzt brauche ich die Rubberbars. Da oben sind sie. Die will ich nämlich jetzt erstmal aufbrauchen. So. Rubber. Perfekt. Ach ja, genau. Ähm. Wo hatte ich hier das Holz? Da. Rubberwood. Das kommt hier mal rein. Das muss auch mal ein bisschen herhalten, sozusagen. So. Gold. Elektronik Circuits. Superschön, dass ich Advanced Electronic Circuits habe, aber keine Electronic Circuits. So. Das bedeutet. Ich brauche. Sechs. Sechs. Ja. Ich brauche genau sechs. Zack. Mach mal. Fertig. Rubber. Das Zeug da brauche ich auch mal. So. Na. Na. So. Zweifaches Eisen. Boah. Inzwischen kann ich das alles schon aus dem FF, weil ich das so scheiße oft gemacht habe. Also eigentlich könnte man sich da eine automatische Farm für einrichten. Das würde sogar effektiv sein, glaube ich. Genauso wie für Solar Panel. Gut. Zehn plus Salfa plus Gliedtast. Gliedtast. Gut. Salfa. Salfa. Habe ich unten. Was war das noch? Ach ja. Kupfer. Zwei Stück. Gut. Eins, zwei. Was passiert eigentlich jetzt? Nichts. Gut. Zack. Zack. Schneiden. Schnitten. Zack. Das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch das restliche. Das sind fünf. Zack. Fünf. Zack. So. Und ich hole mir mal Riedtast. Oh, hier ist das schon etwas dunkler. Kann auch sein, dass ich irgendwo alles drin habe. Salfa. Warte mal, brauche ich Salfa oder Salfa-Dast. Da war doch was. Salfa. Nur Salfa. Gut. Dann habe ich zum Glück noch etwas. Jetzt brauche ich Lead-Oar. Stück. Ich bin immer zu hoch. Ach so. was ich eigentlich noch mal gucken wollte. Ja, hier habe ich zugemacht. Gut. Ich wollte nämlich, ähm, zeige ich euch gleich. Erstmal mache ich das fertig. Sag jetzt nicht, dass das Bronze war. Doch. Scheiß doch. Nein. Nein. Hier. ich einfach alles falsch mache uns haben wir noch drei stück brauchen kupfer und hallo 10 jetzt auch kein zinn mehr oder block of silver aluminium doch haben wir noch gut so bronze jetzt aber 1 22 achten nicht das muss ich noch das upgrade kann ich eigentlich wieder zurück stecken ich weiß nicht ob es was bringt eigentlich bringt es glaube gar nichts denn es ist zu wenig einfach nur das ist der falsche auch der falsche lita ist super zack 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 und super alles ist voll das bedeutet das kupfer oder es ist bronze bronze wird alles kann man gar nicht schmelzen ja super noch besser aufräumen aufräumen dringend aufräumen weg mit dir sand was habe ich noch was habe ich noch was ich nicht brauche so ich möchte jetzt endlich mal den replikator abschließen aber vorher muss das ganze layout hier verändern denn das ist furchtbar ineffektiv so wie ich das gebaut habe auf jeden fall noch das gold rein und in den föns kommt das zack rein so jetzt aber gut kommt zack